Ja, können wir machen. Das war jetzt in der Folge, die ich gerade angefangen habe. Alter. Willkommst zurück, Leute. Ich habe keine Lust mehr. Oh, ey. Oh, haltetatatatatatata. Wieder stoppen? Hier kam gerade der böse grüne Mann vorbei. Cool. Hast du Hallo gesagt? Ja, dann mir Hallo gesagt. Was hat er denn gesagt? Bumm. Cool. Von hinten oder von vorne? Ja, von vorne. Ich war grad wieder im alten Fieber vom Kämpfen mit dem Dauerspam. Jaja, wo du einfach keinen Schaden mehr machst. Mhm. Okay. Also ich möchte mal kurz erwähnen. Ich hab ne neue Höhle gepunden. Die noch größer ist. Nein. Doch. Alter. Komm doch nicht mehr zurück in den Minenschacht um da weiter zu farmen. Ich hab ja auch schon wieder einen komplett unerkundeten Teil, ne? Hallo Spider-Moon. Gut, ich muss zurück, ich brauch Holz. Dann wieder keine Fackeln mehr. Alter. Wie viele Fieber hier jetzt ankommen. Cool, ich weiß wie ich zurückkomme. Oh, lol. Ich hab schon letztlich die Orientierung verloren, ne? Ja, dachte ich auch. Jetzt weiß ich wieder wie ich zurückkomme. Du bist direkt am Ausgang gewesen. Nein. Lol. Warte mal, wo bist du? Minus 14.200? 240 und minus 2800. Direkt portierende Nähe. Was? Dann haben wir bestimmt... Ich bin nur 50 Blöcke weiter. Dann haben wir bestimmt die gleiche Höhle hier. Kann gut sein. Ich brauch auf jeden Fall erstmal... Output. Äh, wenn wir uns treffen, ich hab noch was dabei. Ich hab Sticks dabei. Nein, ich brauch auch schon ein Crafting Table, damit ich schon mal... Ich hab auch 21 Bretter. Ich hab auch 21 Bretter. Äh, ich hab auch gleich alles. Alter. Okay. Nicer Bug. Was denn jetzt schon wieder? Äh, du kennst ja die Hitbox von Zäune, ne? Ja. Die ist ja etwas höher. Ja. Und da laufen Entities drauf. Ja. Und wenn jetzt Falling Sand runterfällt, das ist ja ein Entity. Ja. Dann bleibt der einfach in der Luft kleben. Und duckt drum. Lol. Komisch aus. Ach, ich lass die Kohle mal kurz jetzt hier. Gut, nehmen wir preis vor, dass ich kein Eis mal aufnehmen kann. Okay. Hier ist Eisen. Boah, ich hab so ein komisches Stechen gehabt im Rücken. Ich hab ein Stack Kohleblöcke. Ein Stack Kohleblöcke. Fuck. Äh, ich glaub ganz ehrlich, wir haben vielleicht echt den Beacon fertig. Wie viel Eis und Stacks hast du? Moment, 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 Moment. Ähm. Ähm. Ender Chest. 1, 2, 3, 4, 4,5 Stacks. Bin bei vierten angefangen. Und haben wir den Beacon gleich fertig oder haben wir den fertig? Ah ja, wir brauchen neun Stacks insgesamt. Das haben wir fertig, haben wir easy fertig. Allein wenn ich jetzt hier wieder... Wir kriegen ein Beacon mit Onlyfahrenden fertig. Das ist heftig. Was sagst du als nächstes? Konzentrieren wir uns auf den Deer? Äh, können wir? Ich hab einen weiteren Minenschacht gefunden. Du wirst dich jetzt komplett verarschen. Nein. Ich glaub wir werden hier ne längere Zeit verbringen. Ja. Ja, ganz ehrlich. Das kauft uns doch bald kein Schwein mehr ab. Falling Street nicht mehr. Ich muss ja gleich schon wieder anschreiben. Ich nehme... Ähm. Für jegliche Kommentare Street. Ganz ehrlich. Wir können hier echt nix für. Das ist ne bestimmt normale Welt, die generiert wurde. Ich glaub du musst in Street, wenn du auch so ne Welt haben willst, dann musst du mit DOS spielen oder mit mir. Oder mit uns beiden. Ja. Ja. Hast du auch so ne krasse Welt. Alter, das ist so abnormal. Ich hab Eisen übersehen. Fuck. Ich werde mich schon echt überlegen mittlerweile. Ähm. Hier noch diesen Backpack-Mod zu installieren. Einfach wenn wir Farben gehen. Äh, wenn er schon... Na. Was haben wir früher immer gemacht? Ähm. Ähm. Ender Chest und dann Endertour. Äh. 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 Die guten alten Zeiten. Äh. 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 Wer Dias findet. Ähm. Digital Miner oder Dosh. Dosh hat gewonnen. Ey das war einfach so genial. Das war unglaublich. War unglaublich. Doch. Einfach mal. Einfach schneller. Jetzt. Nein wir brauchen einen Dias. Ja ich geh gleich noch ein bisschen Farmen. Ja wir haben aber doch noch ähm genug für... Nein. Ich geh gleich noch Farmen. Wir haben dann ein Digital Miner. Ich geh Farmen. Was ist das? Was ist das? Ja das ist ein Digital Miner. Witzig verarschen. Ich kann mich noch dran erinnern. Wo wir... Na. Farmen gegangen sind. Beide. Und haben einfach daheim. Kisten aufgestellt. Und ne Pumpe. Für die Ender Chest. Oh ja. War aber noch auf privaten Seite. Ich hab den Enderman gerade gefunden. Also wie schnell ist der Enderman? Endermans sind einfach ultra schnell geworden. Ultra heftig. Ja. Drück mal Tab. Hast du überlebt? Ich hab den Besikt schon kein Damage bekommen. Nice. Aber weißt du was ich bekommen hab? Ender Perle. Oh ja. Aber weißt du was ich auch noch bekommen habe? Was? Ne vollendertruhe. Meine ist voll? Meine ist voll. Mit? Herzen. Schienen. Und drei Büchern. Schienen hab ich schon gar nicht mehr mitgenommen. Hätte ich gleich sein gelassen. Alter und hier ist doch komplett dunkel. Ich hab keinen Fackeln mehr. Ich hab keinen Fackeln mehr. Sonn wieder. Ich bin überlegen. Ich hab ja jetzt nur noch ein paar meine Sticks hier. Ich bin überlegen gleich noch kurz nach oben zu gehen. und ein oder zwei Bäume mal umzufällen. Hi. Hast du gerade Hi zu mir gesungen? Ne zum Skelett. So. Dachte grad schon. Boah. Alter wie viel Kohle und alles. Hauptsache ich hab eben einmal kurz ein ähm Gravel Feld abgebaut. Ne. Mit der Schaufel. Ja. Eine Stackon 23 Flint. Dosh. Wir müssen uns mieten. Okay. Wie viel willst du da pro Stunde haben? 5 Euro. Alter zum Glück war der nicht unglaublich scheiße. Der war leider echt total scheiße. Okay. Du brauchst die Endertruhe. Mhm. Ja ich hätte die eigentlich da noch übergeben. Mein ist ja eh voll. Okay. Ich komm dann jetzt mal. Boah. Glitzkelz. Oh. Boah. Wo wollen wir uns treffen? Äh. Warum? Wo bist du grad? Moment. Ich bin an der Oberfläche. Ernsthaft? Ich hab einen Ausgang gefunden. Ich fäll dann gleich mal hier so ein paar Bäume ne. Na gut. Ich geh nochmal in Wienenschacht. Ein paar Holzfarmen. Ja warte. 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 Mal gucken wir uns noch nicht treffen. Baue ich da einfach was ab. hypöh My. Wie bitte ich was ab. Soll ich dir. Kommt jeder ein halbes stack Holz? Mhm. Roh Holz. Ich brauche definitiv Holz. gib mir die Aichu Holes also einen halben Stack habe ich schon mal die Achse ist so angenehm wie sieht das bei dir Essence mäßig aus? ich habe noch ziemlich viel ich bin jetzt auf Kartoffeln umgestiegen ja meine Kartoffeln sind gleich alle ich habe nur noch 6 ok das ist heftig ja ich habe aber noch Steak dabei so ich komme dann jetzt wieder in die Höhle hast du hier bitte einen Ausgang gefunden ich habe einen neuen Eingang gefunden zu der Höhle oh Frick ist das never mind also da frage ich mich mal für was ich denke hier ist so ein Loch wie ein Meteoriteneinschlag nix warte mal wenn mich nicht alles täuscht müsste hier in der Nähe der Eingang sein wo wir reingegangen sind oder? nö einfach nö nö der ist ja nicht dann gehe ich wieder zu den Eingang rein wo ich rausgekommen bin also ich kriege Giftspinnen für echt welche alter hier geht es auch nicht rein alter kuttel mich wahllos durch die Wände was finde ich Eis und Kohle standard ähm wo bin ich schon mal rausgekommen was soll ich das wissen ähm ah hier ja ja von die Kohle lasse ich jetzt erstmal bewusst hier oh Gott ey so viele Ressourcen die wir liegen lassen müssen ja also Eisen hat jetzt erstmal Vorrang Kohle haben wir ja genug uah ach dir kaputt du hast doch nicht mal Schaden bekommen ja aber wenn du auf ne Höhle draus kommst und über dir hängt auf einmal ne Spinne kommst du schon Panik also ich hab ne neue Höhle gefunden alter hör auf mit mir scheiß die ist die ist zu Ende ja ach glaubst du ich finde es noch einmal zu dir nevermind sie ist nicht zu Ende keine Ahnung also ich glaub du findest nicht mehr zu mir weißt du was das war einfach von mir zusammen nein lass es doch ok wir können mich schon irgendwann wieder treffen bald ich krepier kannst du meine Sachen suchen ok ich hab noch keinen Schaden bekommen was für das glaub ich echt nicht passieren ok wofür wollen wir nach der Folge dann erstmal Pause machen mhm geht ja nur noch 5 Minuten ich muss ich muss das verarbeiten dass wir hier schon seit gut einer Stunde sind wenn ich noch keine Phobie bekommen hab ok 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 nevermind you will das doch noch nicht zu Ende oha ey geil ich bin da rausgekommen wo ihr aufgehört habt ich bin wieder ich bin wieder der ersten Riss ich bin wieder der ersten Riss doch oh oh ok ok er war mein dich schon wieder voll ja wir müssen uns jetzt erstmal treffen erstmal Kohle kleiner machen hier ist auch ein dunkler Teil in der Höhle ne also hier hier ist das ok aber wir haben auch keinen Gift Spawner ne mhm na gut ich such da schon danach schon nicht mehr aber wieso wir können doch nicht Spawner aufbauen die sind Spawner ja das habe ich gerade aufgegeben weil ich einfach so viel schon gefunden hab ach quatsch als ob wir hier viel Loot rausbekommen ok mein Inventar ist wieder leer ja ich such dich immer noch ne such dich nicht ja das ist sehr schön du kriegst auch kein Inventar Platz ja mein Inventar ist wieder so gut wie leer also ne halbe Stunde halt die vielleicht noch durch ja ich hab ne Ender Chessie von dir gefüllt werden kann oh lapis oh noch mehr Höhle Höhle zu Ende ne 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 ich habe ein Slime Junk gefunden lol wir haben doch schon welche daheim ja Die funktionieren recht gut, musst du sagen. Ja, ich habe mich reingeschaut, wie es jetzt aussieht da. Oh, hier ist Gold. Liebe Gold. Liebe Gold. Bitte keine weitere Höhle. Ach, fuck. Fuck. Top Comment ever. Fuck. Fuck. Ey, hier sind wir jetzt... Das ist heute echt hier Commentary vom Besten, ne? Professionell Kommentare. Fuck. Neue Höhle, neuer Schacht. Fuck. Immer fuck sagen. Ich habe gerade wieder eine Truhe gefunden, da ist ein Abendschild. Nice. Okay, Eisen. Die wievielte Folge ist das gerade, die wir aufnehmen? Die vierte müsste das sein, ne? Oder fünfte. Die vierte oder fünfte, keine Ahnung. Wenn es die fünfte ist, kann man sogar aufhören. Ich zähle schon nicht mehr mit. Ich bin so anstrengend. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir können eigentlich dann nach dieser Folge auch schon aufhören aufzunehmen, dann kann ich den Notfall nochmal einen alleine aufnehmen. Komm schon, als ob du hier je wieder rausfindest. Hab ich das hier behauptet? Nein. Ich sag's nochmal. Alles gut. Ich werde nicht mehr greifen, das, das. Passt. Gut. Ich bin raus auf Kartoffeln. Ich hab Steak. Ich hab noch eine größere Höhle gefunden. Ey, ganz ehrlich, ich halte die Schnauze. Ist kein Scherz. Ich seh einfach nichts. Ich seh noch nicht mal das Ende der Höhle. Halt einfach nur die Schnauze. Bitte. Aber ich finde immer mehr Eisen. Das ist sehr schön. Ich auch. Ey, es kommt am Ende, muss ich Dias wegwerfen. Dann will ich noch mehr Eisen aufnehmen. Ganz ehrlich, wir können eigentlich jetzt schon zurückgehen, ne? Es sei denn, du wirst hier wirklich noch alles rausholen. Äh, ist es nicht das Ziel? Das hab ich befürchtet, dass du das sagst. Ah! Was ist? Auch nicht hab. Ich bin wieder fünf Skelette. Hier ist... Geht es mal nach oben, ne? Okay, wir gehen jetzt kurz nach oben, um hier den Wasser vorzustocken. Das ist ja grauenvoll. Nein, nein, nicht krippieren. Nein, nein, nicht krippieren. Ich drücke Tab. Okay, du regulierst schon. Alter, das ist doch so ein schlechter Witz. Was haben wir hier für Monsterhöhlen? Video Settings. Der Brighton ist schon noch ganz bright. Du musst die Gamma erhöhen. Muss ich aber auch irgendwann mal. Ich hab's geschafft. Okay. Ende der Höhle hier. Was hast du es geschafft? Skelette zu besiegen. Die standen an zwei Höhleneingängen. Ich hab über die komplette Höhle auf mich gesnarkt. Natürlich haben sie mich getroffen, ne? Das andere wär ja auch Schwachsinn. Naja. Ich hab schon wieder fast keine Fackeln mehr. Also ich bin noch bei 25. Wenn wir sie ja nicht treffen würden, könntest du dir aber mal deine Fackel geben, ne? Wenn das Flöschlein wenn nicht mehr, dann wär ich schon längst Millionär. Ich wofre dich ja zum ersten Mal. Echt jetzt? Ja. Er ist eigentlich überall bekannt. Das kenn ich ja nicht. Okay, wenn du da durch einen neuen Höhlen-Teil findest, weil da ein Zombie vorsteht und nicht angrillt. Ich schau in eine Höhle rein. Was seh ich? Kohle, 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 Gold. Christian? Hä? Ja. Die Folge ist rum. Tschüss. Ooi. Gut. Wenn es euch gefallen hat, kippt den Daumen nach oben. Wenn nicht, dann machen wir die Kritik, alles in den Kommentaren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.